einen wunderschönen wünsche ich euch ein herzlich willkommen zurück zu die sims 4 die harry potter legacy challenge ich habe mir ich habe mir ein neues erweiterungs pack zugelegt und zwar highschool jahre ich wollte es einfach mal ausprobieren und mal gespannt wie es so läuft guckt mal ich habe 22.000 das ist gut es läuft seid doch ruhig was hast du denn was das jetzt hier ist halt schlafen jetzt stop 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 es ist mitten in der nacht warum moment wir müssen das mal scannt damit da die klappe hält so ja ich habe mir das erweiterungs pack highschool jahre probiert gekauft weil unsere drillinge ja bald also teenager werden und ich dachte nimmst du noch den extras mit könntest du jetzt mal bitte fertig werden ich schneide es raus bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich bis g Vielen Dank. So, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, jetzt funktioniert wieder alles. Meine Güte. So, warte mal. Du gehst erst mal wieder in dein Bett. Fangen wir gar nicht erst an, dieses Theater. Und du gehst auch schlafen. So, du bist schlafen. So, los geht's. Freunde, nicht so. Mutti malt was. Das ist sehr schön. Gibt's Geld. Ich wollte ja bis 50.000, ja, bis 50.000 wollte ich ja hochkommen, um sicher zu gehen, dass unsere Alessia dann einen guten Start hat. Den Rest brauche ich, um oben dann die Zimmer auszubauen. Könntest du mal offen mit diesem Ding rumzuspielen? Warum hat man so einen Tonklumpen? Das ist doch furchtbar. Hau den jetzt weg. So, Mann. Eine Rose? Warte mal, die Rose könnte man eigentlich... So, als Deko mal ein bisschen mit hier hinlegen. So, jetzt muss ich noch ein schönes Bildchen malen. Großes, klassisches Gemälde. Ja, du machst das schon. Genau, unsere Drillinge haben nämlich morgen Geburtstag. Und das heißt, wieder jede Menge Umstyling und wieder jede Menge neue Dinge. Aber erst mal muss unsere Eva noch etwas Geld verdienen. Ich kann ja mal gucken, kann sie wieder was hochladen? Oh ja, hier. Das macht sie dann... Ja, ja, macht das erst mal. Okay, und dann kann sie das große, klassische Gemälde fortsetzen. Komm, du bist alleine. Geht mal ein bisschen hintereinander weg hier. Sehr schön, Eva. Ist das fertig? Dann verkauf das mal bitte. W-w-was? Unternehmerfähigkeit erworben. Wolf? Eva hat begonnen, Unternehmerfähigkeit aufzubauen. Wenn sie alles gibt, um diese Fähigkeit zu verbessern, wartet Ruhm und vor allem Reichtum auf sie. Was? Tatsache, ja. Möchtest du deine Ideen vom Funken bis zur kleinen Firma und schließlich zum großen Unternehmen vorantreiben? Baue deine Unternehmerfähigkeit auf, indem du deine Nebentätigkeit weiter ausbaust und bei Gelegenheitsjobs und in der Freelancer-Karriere brillierst. Ach, du heilige Mutter Gottes. Nö, 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 nö. Nö. Was willst denn du jetzt machen? Kind bei Hausaufgaben helfen. Das können wir morgen machen. Du kannst jetzt erstmal mal mein abstraktes Gemälde. Ich hoffe, wir haben keine Rechnungen. Nö. Ja, genau. Los geht's. Damit wir die Nacht ordentlich nutzen. Noch ist sie ja nicht müde. Sie geht dann bestimmt schlafen. Na ja, gleich schlafen. Wenn sie das Bild fertig hat, geht sie schlafen. Damit sie mal ein bisschen Erholung hat. Ähm. Ich weiß gar nicht, habe ich noch Essen übrig? Nö. Gut, also wird sie vorm Schlafen gehen noch ein bisschen was zu essen zaubern. Kochen. Ein leckeres Frühstück kochen. Reiskuchen. Zum Frühstück. Ja, da. Milchbrot. Mhm. Warum kann ich das nicht machen eigentlich? Ach so. Obsidian Ei. Wassermelonsalat. Oh, das klingt gut. Das gibt es zum Frühstück. Ach man, was soll denn das? Hör auf damit. So, da kannst du das ja dann verkaufen. Ja, warum hatte ich das jetzt? Oh, ich werde so sau. Was ist denn das jetzt? Scheiß neue Updates. Das geht mir so tierisch auf den Sack. Dass dann keine Mod mehr richtig hinhaut. Ach. Und das ist ja so. überhaupt nicht hin. Ich nehme jetzt die Folge auf und dann gucke ich mal nach meinen Mods. Also irgendwas stimmt hier überhaupt nicht. Gibt es halt jetzt Grillkäse zum Frühstück. Das ist ja total nervig. Das ist wirklich nervig. Also ich könnte zersaubern bei sowas. Kann ja wohl ja sein. So, ab ins Bett. So, da müsste ja jetzt gleich das erste Kind aufstehen. Das kann erstmal ein Gericht nehmen. Ja, ja, geh erstmal was verwenden und duschen und Zähneputzen. Hausaufgaben waren ja fertig, hoffe ich. Ja, sehr schön. Doch, du kannst das essen. So, jetzt reicht es. Warum? Das geht nicht. So, okay, dann unterbreche ich die Folge an der Stelle und gucke erstmal, was mit meinem Mods ist. Bis gleich! So, wir schauen jetzt nochmal, ob es jetzt funktioniert. Ich habe jetzt die Mods aktualisiert. Und, und, und. Jetzt gucken wir mal. Es war... Es fehlten Updates und es fehlte ein Bett. Also das... Ja genau, das Bett war nämlich... Die beiden Betten gingen nicht mehr. Das heißt, wir brauchen für die beiden ein neues Bett. Das ist aber gar nicht so schlimm. Dann holen wir einfach ein neues Bett. Wir haben doch noch ein bisschen Auswahl. Da würde ich sagen, die einen jetzt das Bett. Einfach ganz... Hallo. Aber das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ja, okay. So. Und der andere nimmt jetzt das Bett. Oder? Gibt es denn hier... Habe ich hier ein Notepaar? Eins? Ah! Okay. Okay. Ja, schucke einer. Schau, hier haben wir doch ein paar Betten. Ja, und das, was halt nicht funktioniert, das haue ich raus. Das ist einfach so. Was will ich da anderes machen? Okay, das finde ich cool. Oh! Okay. Es geht nicht. Was habe ich Geld umsonst mit rausgegeben? Also, das ist die nächste Mal, die runterkommt. Ja, schließt das jetzt. Wartet, ich muss mir das mal irgendwo notieren, damit ich das nicht vergesse. Das ist das nächste, was ich... Was ich löschen muss. Das ist aber gar nicht schlimm. Auch solche Folgen gibt's. Äh, genau. Gut, dann nehme ich jetzt einfach... Das Bett. Gibt es die in anderen Farben? So ein bisschen Mädchenhaft? Ja, danke. Danke. So. Also. Haben wir jetzt Geld aus dem Fenster geschmissen, aber es ist in Ordnung. dann tue ich halt das Bett als nächstes verkaufen. Was denn nun schon wieder? Ja, doch. Danke. Das weiß ich. Ich habe das Bett doch schon gelöscht. Oh, du isst Kuchen. Ist in Ordnung. Du warst ja noch gar nicht ausgeschlagen. Naja, doch. Hier, ein Gericht nehmen. Ein Gericht nehmen. Ja, gut. Das kann natürlich passieren, weil viele Mods sind auch ziemlich alt. Und da finde ich an sich diese Fehlermod gar nicht so schlecht, dass die mir das zeigt, was weg muss. So. Und natürlich funktioniert das jetzt auch wieder nicht. Weil... Wegen dem Bett. Gut, Leute. Ich mache jetzt Schluss an der Stelle. Dann wird's halt... Obwohl, kürzerer Folge auch nicht. Ich werde jetzt mal... die Mod wieder löschen. Das könnte in nächster Zeit öfter vorkommen, dass das passiert. Ich hoffe nicht. Ich werde mal schauen... Was noch so passiert. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.